Und ich neige zwei Worte alleine, nicht mehr und seine Nacht Ich bin wieder mal allein, mein Name Cadillac, im Cadillac dich ab Mit dir, nur mit dir hatte, ja ja, nur mit dir Komm doch bitte mit dir, flieg mit mir, heute nach Havana Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen Keiner so schön, wie du Zu viele Phantasien in meinem Kopf Leute, neues Pack-Opening hier auf meinem Kanal Lass gerne einen Like, da macht die 1000 Likes Wenn ihr weiter Bock habt auf neue Pack-Opening Ich würde mich sehr freuen, Leute, also Lasst gerne einen Like da, abonnieren, Glock aktivieren, täglich einschalten Ja, aktiviert einfach die Glock, gekriegt in Zukunft immer eine Nachricht Wenn die Videos online gehen, verpasst ihr nichts mehr Ich würde mich sehr freuen, Leute Und schreibt die mal gerne in die Kommentare, was euer bestes Pack war In FIFA 21 Schreibt's mal gerne unten rein, ich bin gespannt, was ihr so gezogen habt Und gucken, ob der ein oder andere schon den ein oder anderen sachtigen Spieler am Start hat Checkt noch gerne meinen Shop out, gönnt euch die nice designs Schwarz-Weiß, Orange-Blau, Rot-Grün Die Camouflagefarmen, Kissen, Katzen, Turmbeutel Vieles mehr, gratis Autogrammkarte Zu eurer Bestellung dazu, gönnt euch Ich würde mich sehr freuen, ihr unterstützt mich natürlich mit dem Kauf Wäre sehr, sehr nice und nicht vergessen, checkt meine Songs aus, Leute Till, äh, Till sag ich schon Spotify, iTunes, Amazon Music und Co Überall heiße ich Till FIFA Gaming Gerne reinhören, ich würde mich sehr freuen Hört auf Dauerschleife Tag und Nacht Und direkt schneidet ihr den Weekend League besser ab Ich sag's euch, ihr kommt direkt Top 200 Ihr wollt die Spiele direkt schnell durchziehen, damit die Musik aus eurem Ohr verschwindet Ich sag's euch, ja Checkt's aus, Leute Checkt die Alben aus, ja Album ist online Songs sind online Spotify Link ist unter der Beschreibung Oder wie gesagt, Till FIFA Gaming bestellen Sie Bleibt bis zum Schluss dran Let's go Ich hoffe, wir machen jetzt hier, Leute Der Ehrenstift in Pink Pinker Ehrenstift, Digga Pinker Stift kann nur was Saftiges bringen Kann nur was Saftiges bringen Warum habe ich hier einen pinken Stift liegen? Ich trage mich nicht, warum Egal, let's go Kann nur gut werden 3, 2, 1 Jetzt Bitte Gönn Gönn Mach kein Auge Mach kein Auge, Bruder Mach Oder vielleicht doch, Belgien Linker Flügel Oh, Real Madrid Joa Das nice Is nice Is nice Eden Hazard Kann man mitarbeiten Joa Ja Joa Ist okay, Digga Wirklich, geht klar Hazard in den letzten Jahren immer höher rated gewesen In den letzten Was hat der letzte Jahr? Hat der letzte Jahr auch 90? Ne, 89 glaube ich, letztes Jahr Ne, war der auch schon bei Real Das ist jetzt zweite, ja Ich glaub, das letzte Mal 90 Ne, letztes Jahr hat der, glaub ich, sogar auch 90 Ne Bei Chelsea hat er 90 Da hat er sogar 91 Winter Upgrade Man nicht bekommen Und dann bei Real glaub ich auch sogar noch mal ne 90 Letztes Jahr Oder hat er 89 Ich weiß nicht, mir schreit's mal rein Wenn du es noch wisst Hazard ist okay Ha Bin ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz zufrieden mit Ha Ist ein ganz fresher Walkout Eigentlich so, hätte er auch wieder schlechter laufen können Wenn er jetzt natürlich irgendwie 88 Groß oder Irgendwie haben wir noch mit dem Rating Darnovic oder so Wollen wir gar nicht drüber reden Wollen wir gar nicht mit anfangen Also von daher ist Ja Ja Ist okay, Hazard Ist einer Der besseren Walkouts Beziehungsweise Der Fresheren Walkouts Die man sich vorstellt Hazard zeigt dir direkt den Daumen Ne Hast du gehört, wo die Also von daher Ja Kann man da arbeiten Ja Wir schauen mal was das hinter ist Ist natürlich jetzt nicht so eine hohe Chance Dass noch heftig viele Highrated Spieler hinter sind Weil er halt nur 88 hat Und jetzt die anderen Ja Ich sag mal so ist noch ein 87er und ein 86er drin Leute 2 Walkouts sind auch drin Ich äh Also das war mein Tipp Wir gucken mal Und Boah Digga Genauso wie ich es getippt hatte Alter Die Maria noch drin Und Müller Digga Müller ist auch immer dabei Depay auch so oft ziehe ich Kriegt man auch das öfter drin Aber Müller und Depay sind fast Stammgäste in diesem Pack Alter Ohne Scheiß Die Mariah Und Hazard Ach schade Wäre eine Werzer 89 gewesen Dann noch 887 886 85 Da warte ich immer noch Das Moment dieses Pack für mich zu öffnen Muss ich ganz ehrlich zugeben Es ist kein schöner Moment Muss man mal ganz ehrlich gestehen Nein 3 2 1 Los Pack Bitte Enttäuscht mich nicht Bitte Enttäuscht mich nicht Alles aber enttäuscht mich bitte Bitte Enttäuscht mich nicht Es wird nichts klausen Ich bin schon enttäuscht Egal was jetzt wird Polen Vorwart Oh man Alter Oh man Ich bin schon 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 80er Pack Anergebrochen Motivierter werde und die Packs hier weiter Noch erspiele Weil das bringt ja keine Motivation hier Alter Schreibt gerne einen Kommentar Leute Wen habt ihr gezogen aus eurem Pack Schreibt gerne einen Kommentar Was war euer bester Spieler Den den FIFA 21 generell gezogen hat Würde mich mehr interessieren Leute Schreibt einen Kommentar Da lassen Die Videos angezeigt werden Waren empfohlen werden Wir werden mich sehr mit unterstützen Wenigsten sie konnten support zeigen Das teckere kein support gezeigt Check nochmal Schauhaus Gönnt euch die nächste line Rot blau orange grünen Kisten flassen 85er Kann passieren Ist möglich alles ist möglich Aber wir wollen Das hier was besseres drin ist Wie immer hoffen wir auf ein 90er-Plus, dann bin ich zufrieden. 3, 2, 1, Nose-Pack. Die Nase des Pack-Lacks. Digga, was ist los? Hä? Ah, jetzt. Okay. Die haben nämlich ganz schnell kurz den Team auf dir noch rausgenommen, der da drin war. Das ist so eine absolute Frechheit. Ja, ist klar, Alter. Vorher wäre ein Team auf dir drin gewesen. Das ist so eine absolute Frechheit. Slowenien ist, glaube ich, Oplak, ne? Oder war das Slowakei-Flaggen, der ist Oplak. Ich kann die Flaggen immer noch nicht auseinanderhalten. Slowenien und Slowakei. Oplak oder Handanovic, Digga. Für mich ein und dieselbe Flagge. Frecher, frechster Dance-Move hier schon wieder von Oplak. Aber als in Ordnung, 91er-Oplak. Boah, Digga, das Torwart-Trikot von Piggy sieht aber auch ganz fresh aus, ne? Aber gerade, ich hab grad gedacht, Digga, wir haben doch eigentlich, das ist doch eigentlich pink, das Trikot, dachte ich, kann mir die, ja, ja, ist ein Torwart. Stimmt. Ja, gut. Hätten sie auch einfach selber nehmen können. Aber, ja, gut, Oplak, das einzig positive wie immer an Oplak ist, dass dahinter noch der ein oder andere gute Walkout drin sein kann. Ja, sonst ist halt ein Walkout, äh, ein Walkout, ein Oplak-Walkout auch nicht so stabil. Weil, ja, ist halt ein Torhüter, ne? Es sind wie immer zu viele Torhüter. Alter, ich warte auf eines Tages noch auf das Pack, wo wir fünf Torhüter drin haben. Alle fünf Torhüter-Walkout. Irgendwie Oplak, Testegen, äh, keine Ahnung, Andanovic, äh, Navas und Sommer. Ja? Auf ein volles Torhüter-Pack, da warte ich. Es gibt viel zu viele Torhüter, die ein Walkout haben, Alter. Das ist unfassbar. Wir gucken aus hinterher, das ist 3-2-1. Let's go. Vielleicht irgendwie der ein oder andere High-Rated-Spieler. Ja, es sind drei Torhüter drin, drei Torhüter, aber fünf Walkouts, fünf Walkouts von fünf, kann man machen. Ja, wir haben es hier eben gesagt, weil ich warte eines Tages auf das volle Torhüter-Pack und wir sind nah dran, Alter. Wir haben drei, drei von fünf Torhüter haben wir schon mal, ey. Naja, das ist unfassbar. Loris hatte ich nicht mit aufgezählt und Couture übrigens auch nicht, ey. Okay, ist halt bitter, dass hier halt drei Torhüter drin sind, ne? Von fünf, das ist halt wirklich bitter. Wer, wer wenigstens Couture von drauf gewesen, hätte ich mehr gefeiert, weil, äh, ich check das jetzt, und das check ich jetzt zum Beispiel auch wieder nicht. Der ist ja eigentlich eine Special-Karte. Eigentlich werden wir, also manchmal, ich check's nicht. Manchmal sind die Special-Karten vorne, ja. Und manchmal, jetzt ist dann auch Platz vorne. Hä? Die? Also ich check sie auch nicht.